willkommen zu bald es geht drei in bald es geht jetzt gedacht wir sind eigentlich jetzt gerade auf dem weg richtung hier oben in dachte ich mal dass wir das machen wir müssen ich kann auch noch hier nach unten klappt das wird dann auch die klasse weil ich bin gar nicht so sicher wollen dass wir zuerst machen oder ich habe mich eigentlich entschieden wir gucken erst mal hier würde ich sagen machen wir trotzdem wir waren ja vorher noch mal in der letzten folge hier kurz gewesen bei baldur store und haben scheinbar ich immer davon aus scheinbar den punkt gefunden wo wir dann hingehen wenn wir alles so vorbereitet haben in der story dass wir dann soweit sind den endkampf zu machen oder das ende zu beschreiten immer von aus weil wir jetzt hierhin ging baldur tor wenn wir einfach zurückgeportet welche richtung wir gehen soll dass der kontor wenn wir in diese richtung da oben ist nämlich genau der palast ja eigentlich wollte ich ja letzte folge schon zu palast hingehen und dann wurden wir überfallen von unseren neuen freunden weil wir sind jetzt im club der mörder und die haben wir besiegt wurden sogar noch uns wurde sogar noch geholfen von der aus also der wache hier die scheinbar kontrolliert wurde von dem ältesten gehirn das natürlich auch ein bisschen komisches aber ja so ist das nun mal hier hier wollte ich ja nicht hin aber der weg bin ich jetzt folge gehen wollte ich dachte ich wäre der weg aber ist es nicht so dass es ist das für ein gebäude es müsste das gebäude sein wahrscheinlich ist dass ich geht das hier so rum doch sehr nach vampire hier aus mit dem oder es ist das gebäude könnte es könnte auch das gebäude sein von von raffael und wir haben jetzt mal ein level abgemacht ok cool mache ich sofort das problem ist aber wenn das wirklich das gebäude ist von dem ist es okay wir können hier drin noch ein bisschen bleiben würde ich nur sagen aber wir müssen mich hier lange also die frage ist ja okay cool haben wir das gebäude von raffael vielleicht gefunden wie kommen wir jetzt aber zum gebäude von 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 kassadors palast weil wo ich ja nicht dachte dass man dahin konnte also hier so ist es ja eben nicht der richtige weg dann der 60 oben ach moment wir können aber wir können beide wir können hier hoch sehe ich gerade wahrscheinlich hier und dann da so lang mit oben lang gehen das problem ist nur wie kommen wir da hoch wie kommen wir hier hier oben hin mit dieses gebäude wahrscheinlich irgendwie also hier hoch dann sind wir hier oben drauf und dann können wir wenn ich hier lang gehen und kommen dann dahin okay aber da ich jetzt teufelspreis gefunden habe bleiben wir mal hier wo muss ich noch ein bisschen kommen wenn wir schon mal hier sind so wie am level ab bei zwei unseren karakteren ich hoffe mal dass wir jetzt hier schon skillen also dass wir noch mal eins gehen können und das würde ich dann die nächste ich noch mal ums gehen weil ich will ja eigentlich dann schauen wenn ich wollte eigentlich noch mal diesen diesen dieses ding da reinballern bei ihm hier dass er sich auch instant heilt wenn wir eine kurz rassmann immer mal ein klassenmerkmal bekommen und zwar tierische gut eine bindung mit deinem gefährten hat sich versteift wodurch seine innere stärke geweckt wurde und er einen zusätzlichen angriff erhält ja mein tiergefährte ist hat ihm auch ein bisschen kacke vielleicht muss ich meinen anderen benutzen aber auswählen und nein warum nicht nur durchaus mal machen wunden heim mit einer 1 noch ein 3er zauber blitzfeil das merkt mal verlässliches talent wenn du ein attributswurf mit einer fähigkeit aushörst in dem du geübt bist ja gut wenn wir nichts einstellen ja da muss man gucken wegen wo kann dass wir dafür noch mal ein bisschen was umstellen welcher diese skill liste die kann ich vielleicht noch mal aufrufen vielleicht vielleicht auch nicht das kann ich hier irgendwie gucken was ich geskillt habe oder immer schon die ewig lange liste hier von sachen weil ich würde sich denn das würde ich natürlich dann nehmen ist dann dieses eine dann muss ich aber was ersetzen muss aber gucken ob ich das vielleicht mal ist gar nicht ich bin übrigens blitz resistent und feuer resistent und ich bin gift resistent ist das nicht geil und träum andere ja wir sind hier hallo was geht ab ein händler kann das auch gut ja warum haben wir das aufgedeckt der schädel ist weit fort von zu hause gehört wohl einem der todes teufel der funken ja gut ich meine das klingt hat sehr als wir hier irgendwie fragen er wird ja als händler gekennzeichnet vielleicht auch keine sachen ja dann gucken wir mal rein ja aber nicht sehr interessanter sagt obwohl doch hell drin genommen er ist ein färbemittel und kraftigen sachen ja unter dem wir können aber sind ja nicht viele wir können die kaufen aber den sachen zu verkaufen also zum beispiel das hier und das hier verkaufen ja guck mal da ja schon ganz gut wie man sonst gestimmt das wollte ich ihr vielleicht mal ausrüsten ja ansonsten würde ich mal sagen ja erstmal nicht mehr aber wir haben trotzdem mehr geld die vorher hatten das war eigentlich ein ganz guter deal oder koin and time most fortuitously spent natürlich noch die frage dürfen wir hoch oder meckert die unseren dürfen wir hoch okay in der falle was macht diese falle dann können wir sie entschärfen mit der starry ne was ist wenn wir da reingehen Programme ich gehe mal gut ich gehe mal gut dann ich gehe mal gut was wird er gesagt ich lade neu aber wo ging das los ist hier im chat drin kann man das irgendwie überlisten man das überlisten zehn feuerschaden ich habe ja sowieso wenig feuerschaden bekommen man das überlisten das termin hat irgendwie auch gar nichts ich bin ja resistent dagegen ich guck mal immer mal neu laden und dann gehe ich meine hauptcharakter der ja tatsächlich wenig feuerschaden bekommt da mal rein nutze ein entschärfungskirt und hoffe mal dass ich entschärfen kann also aufschließen kann um dann zu gucken ob wir dann da easy reinkommen weil dann gehen wir mal rein und dann machen wir eine kurze rast natürlich die wir noch haben und dann sollte das eigentlich nicht so warum packt man hier vorne so ein siegel unser 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 bärchen wurde noch mal normal erweitert ok also wir machen eine komplette trennung auch von bärchen dann würde ich sagen holen wir uns mal hier ein alle entschärfungskirt stapelteilen ich möchte nur ein haben und dann gehe ich mit meinen charakter hier hin und sage dieser robust und schluss knacken so ist auch geknackt alle wieder zu sammeln und einmal ein da so mir auch anders raus oder müssen wir mal durch die ich hoffe mal wir können irgendwie auch das ganze die aktivieren diese ruhe was wir hier haben lesen gibt es denn einen schöneren klang als das klären einer münze die an einer anderen münze reibt natürlich wird mammon alleine durch die durch eine tasche gold nicht gesättigt sein nein ich muss da klüger vorgehen was ich brauche sind mehrere einnahmequellen und sei es nur um borilla zu übertreffen vielleicht ist es eine zeit das geschäft zu diversifizieren nicht nur kuriositäten sondern auch informationen oder noch besser zugang wie genial es ist aber doch nicht da nicht der der raum von ähm von ähm von dingens also das gebäude von 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 san rafael abatt ach so boah ich dachte schon so hoch hat sich noch eine falle ausgelöst aber ne dann holen wir uns mal asterion irgendwie er hat keinen schaden bekommen hat durch diese falle ok 10 plus 10 sind 20 aber die wir nennen es dann direkt ne aber wir kommen kurz noch auf 20 und diamant und ihnen dann hier verkaufen also irgendwie lustig und der schlüssel ok im goldenen schlüssel gefahren wir haben eine schlüssel kann ja der kann oder oder die türen und sie noch mal zu truhe hier hin wir gehen jetzt mal hier zu truhe hin und lassen es können wir die auch nochmal öffnen easy oh es ist schon mal irgendwie ganz besonders aber nicht sehr viel wert also auch so einen grunnen ja dann gehen wir mal hier rein ja sie hat mal so ist ja auch nicht wirklich das interessant was wir hier alles haben wir haben ja jetzt wir haben hier ein paar coole dinge gefunden aber jetzt auch nicht so ganz ja sowieso besondere dinge dass wir jetzt irgendwie sagen müssen so wow also dafür lohnt es sich jetzt irgendwie ok vielleicht ändert sich das noch die seelenwahrnehmung erhalten einen bonus auch von plus zwei auf angriffswürfe in die tiefwürfe und wahrnehmungswürfe gedanken wahrnehmen da müssen wir mal gucken da geht mark nee das ändern wir nicht weil das ist ja quasi das gehört ja zum blasiertes bild deswegen habe ich sie ja genau wegen diesem helm habe ich sie ja umgebaut zu beserkerin ähm deswegen ändern wir das natürlich nicht also sie ist da mit dem helm fein raus ich weiß gar nicht ob sie ob er das bin was habe ich hier ah mit dem bonus auf 1 d4 auf angriffswürfe natürlich geil das problem ist plus zwei auf angriffswürfe initiativwürfe und wahrnehmungswürfe ich bekomme hier nur 1 d4 auf angriffswürfe gegen kreaturen die mit seines jägers belegt sind aber hier bekomme ich noch mehr hier bekomme ich auch noch ähm angriffswürfe wobei lassen hast du einen schatten gehüllt ach come on wobei wahrnehmungswürfe plus zwei ist eigentlich geil für Dingwins für meinen Charakter aber ich glaube der kann sowieso durch die durch die Larve eh schon sehr gut wahrnehmen komm das gehen wir mal als Therian so oder wir verkaufen das für 1.300 das können wir natürlich auch machen wobei die sind in den schatten gehören das hat zumindest irgendwie einen vorteil also er bekommt ja bonus auf angriffswürfe und sowas das ist für ihn den kampf ja auch noch ganz sinnvoll das ja doch ja ja wir 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 lassen ihn wir 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 lassen es so hat sich im grunde genommen doch sehr gelohnt hervorragende arbeit hässig ich begreife langsam warum man euch mamons Dietrich nennt ach ja bortasch macht ihr auch ja warum haben wir denn ihr das nicht gesagt aber was wollte sie hier beschwören natürlich die frage und hier draußen ist ja auch noch ein bisschen was aber weil ich weiß jetzt nicht ob wir hier draußen wirklich ähm so besonders noch viel finden okay dann gucken wir mal dass wir hier einigermaßen wieder rauskommen ich hoffe wir überleben wird oder wir machen folgendes wie das geht okay dann entlocken wir mal alle versuchen wir das mal so weil wir müssen eine lange raste eine kurze rast machen müssen wir unbedingt haben noch eine und wenn ich dann jetzt hier rüber komme ohne noch mal schaden zu nehmen weil er sie hat schon so ein paar probleme und das können wir mit jumpen machen okay das funktioniert nicht so ich gehe dann mal warte mal ich gehe mit meinem charakter ein bisschen weiter hier unten hin ich hoffe mal wenn ich jetzt alle zusammenfüge gut haben es alle überlebt da sie hat üblich keinen schaden genommen und auch wir hatten überhaupt schaden genommen keiner hä ok dann machen wir noch kurz das hier so zu super ähm ich hätte mal sie zurück verwandeln sollen na egal wir machen das dann bei der lange raste weil dann könnte ich ihr dann auch sachen aussuchen noch weil sie hat ja noch eine sache die ich hier vielleicht geben könnte ähm ah und dann verschwindet der buff so ein scheiß aber auch na egal ähm zumindest äh sieht das jetzt lebenstechnisch einmal wieder ganz gut aus wir haben oben alles ausgeräumt und vielleicht können wir ja mal fragen noch mal ein paar sachen an ihr verkaufen die eigentlich dieser oben hat aber egal wohnen 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 in infernalischen waren das beeindruckend zeigt mir die richtig guten sachen wohnen 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 so was hatte hier in helmen der träger erhält einen bonus von plus 1 auf rettung zufrieden zauber okay und während du verschieden wenn die werden du verschleiert bist benötigst du für einen kritischen treffer bei dem angriff da bin ich aber nicht das heißt wir könnten den austauschen okay und das hier ist tatsächlich sogar über das war stiefel besser aus dem nächsten so das heißt wir können das austauschen dafür kaufen jetzt und sie sind ja sie hat ein level abbekommen okay auf uns jetzt das hier dafür verkaufen wir es hier in diamanten so und haben wir noch etwas interessantes uns holen wollen also das ist eigentlich also es sieht halt cool aus weil hier sehr selten und so aber das macht eigentlich glaube ich mehr sinn mit gail hätten also jemand der zauber wirklich stark einsetzt ja wir haben unsere hier die die zaubern kann aber man muss ehrlich gesagt auch sagen sie ist halt ihr bei mir wo jene mäßig in der gestalt von dem eulenbären und die zauber oder zaubert die nicht und da ist es glaube ich besser wenn man irgendwie so droiden vor allen dingen so tier sachen dann ihr hat sie ja auch dass er die sehr stark hat bei mir deswegen bringt sowas aus wie zauberwirker da jetzt nicht viel der helle bade 12 bis 21 sie hatten hammer und dieser hammer der ist tatsächlich 9 bis 25 und die hat ja sehe das ist was für dich what 13 bis 25 9 bis 25 da macht sie ja also der schaden der maximalschaden ist ja gleich aber der minimalschaden den sie macht er ist viel höher gut wir haben natürlich dann dieses beharrlichkeit scheitert anderen angriffe bewirkt wieder nach drei schon das haben wir dann nicht egal okay und beim deutsch beim deutsch gucken wir auch noch mal eine die haben verkauft macht da kann sind wir mal gucken wenn es unser deutsch bei dem verkauft haben ja cool die handschuhe wie gesagt nee aber okay cool ja 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 so da machen wir hier mal ein bisschen ausrüsten level ab und nächste folge machen wir weiter weil scheinbar hilft uns so ein bisschen wir machen nächste folge auch weiter mit mit ausrüsten und dann gucken wir mal die hilft uns scheinbar ein bisschen bei unserem problem mit dem vertrag dem wir mit links geschlossen haben wobei ich ehrlich gesagt auch gar nicht mal so hundertprozentig sicher bin ob das vielleicht nicht so clever ist den einfach zu behalten aber man kann ja trotzdem mal gucken also so ist es ja nicht man kann sie trotz trotz vertrag trotz ohne vertrag machen also einmal so weil er sehe wir ja so oder so jetzt den einheimen wieder befreien egal ob jetzt mit vertrag oder ohne und dementsprechend ja also diesen gegenstand mit natur plus eins wollen wir ja ich röste trotzdem schon mal aus dann würde immer sagen hier will ich ihr geben dann hat sie eine naturladung mehr das kann man noch verkaufen das braucht keiner mehr weil ich habe einen helm der wirklich wichtig ist für meinen für meinen in sie hat ja ein helm wichtig für ihren bild mit mit berserker deswegen ganz junges gilt bei ihm habe ich jetzt hier das mit dem plus zwei auf angst und sowas geben was er sehr sinnvoll ist wobei das auch sehr sinnvoll ist für ihn ja wer ist terrien weil das schleier hat und so davon habe ich nicht verschleier ihn hat das ich kann ich nutze ich ich spiele es terrien nicht so wie man dieb spielen sollte oder wie man so ein schurke spielen soll blöd aber deswegen er schon ein coolen hier und sich habe ich ja gerade hier dieses gegen einen gegeben haben wir den gestaltwandler hut weil sie ja sehr auf gestaltwandel geht und deswegen macht es sinn wenn sie dann auch sowas hat dementsprechend kann man das noch verkaufen kriegen wir noch müssen geld und wir haben noch die helle bade die ja scheinbar für lasil ganz geil ist nicht jetzt auf ihr gehe mal kurz vergleich es ist tatsächlich so dass die besser ist so ja da sind muss 25 noch mal geiler und so und das ist also gift und feier verzaubert ist das so grün so geil mega bin ich bin ich happy und das kann man auch noch verkaufen okay cool dann haben wir nächste folge noch mal ein bisschen was zu verkaufen und dann reden wir mit der und natürlich noch ein level ab das wird ja richtig geil es läuft gerade wir werden immer besser wo ich mal kurz wie das jetzt mit ihr die hat jetzt drei ja vielleicht noch zwei weil der ein die einfach brauche ich dann ja und die hat dieses komische mit dem dimensionstüren glaube es läuft gerade ganz gut dementsprechend habe ich hoffnung das wird vielleicht sogar im kampf den wir dann vielleicht machen gegen esadur oder wieder heißt da vielleicht schaffen wir den sogar und wenn nicht glaube wir haben doch die ein oder andere chance noch jetzt mehr bekommen das finde ich gut also bis zum nächsten mal rein bis